Kamera, ist die Kamera? Hä? Aus welchem Land kommen diese Menschen? Das ist Japan bestimmt. So liebe Freunde, der Ben arbeitet gerade da drin. Wir haben ein kleines Geschenk für ihn und zwar was er nicht weiß. Hier findet gleich ein Cosplay-Wettbewerb statt. Und wir haben den Jungen manchmal angemeldet. Und jetzt sagen wir ihm mal Bescheid. Ey Buddy! Ich muss gleich ein Cosplay-Wettbewerb machen, hast du ja schon mitgebracht. Wollte mich verarschen. Alter, da sind tausend Leute, tausend, zweitausend Leute. Wenn ihr was werden willst, dann müsst ihr dran umziehen. Los jetzt, der wird wieder verarschen. Alles für dich. Da wird ja noch Mimimi. Los, komm umziehen. Doppelt und dreifach ziehen, Freunde. Doppelt und dreifach ziehen. Das sage ich ja vor der Kamera, das ist eine Aussage. War kein Spaß, war kein Spaß. Ich gewinne den Pott. Nicht die 100 Euro, wegen denen mache ich das nicht. Um denen meins auszuwischen. Dass ich gewinne. Das werdet ihr sehen. So, dann gehen wir mal dahin, ne? Ich mach das nicht, ich schwör es dir. Wir gehen jetzt dahin. Findest du witzig? Ja. Ja, ich trete gleich an vor einem Cosplay. Das wird eine richtig, richtig schwere Sache. Möchtest du vielleicht auch auf das Video drauf, also als Konkurrent von mir? Als Konkurrent von dir. Da hab ich ja keine Chance. Das ist flauschig. Ich bin auf jeden Fall flauschiger als Nia. Das hat schon was. So fünf Minuten, er hat mir das ja hingeschmissen und gesagt, ich nehme heute teil. Die haben mich heute eingeschrieben. Aber wenn ich das Geld gewinne, ich mache es nicht für das Geld, sondern um ihn einen auszuwischen. Ah ok, nächstes Mal muss er. Ja, nächstes Mal muss er. Das wurde jetzt hier gesagt von den professionellen Cosplayern. Dann sehen wir uns gleich auf der Bühne. Auf ein faires Match würde ich sagen. Ja, auf ein faires Match, kannst du vergessen. Jungs, habt ihr einen Favoriten schon? Elise oder der Ballett? Der Typ im Häschenkostüm. Der Typ im Häschenkostüm. Der Typ im Häschenkostüm. Im Häschenkostüm ist schon nett, ne? Vor allem für Mühe gegeben. Ertgebotnet. Der Typ im Häschenkostüm ist schon nett. Der Typ im Häschenkostüm ist schon nett. Aber wie gesagt, ich würde euch jetzt einfach mal bitten, einmal nach oben zu gehen und euer Kostüm in der vollen Kraft zu präsentieren. Und zeugt euch auf das neue Moment. Ich finde, das ist schon ein bisschen fies von Nick gewesen, aber da kommt bestimmt die Rache, 100% hin. Bla 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 bla. Ja, wie geht's dir? Dankeschön, ich wurde erniedrigt. Ja, was soll ich sagen, für meinen ersten Cosplay-Wettbewerb war das schon ganz ordentlich, ich muss sagen, ich habe mir mehr Chancen ausgerechnet, schade, dass das nicht funktioniert hat, aber so spielt das Leben mal. Ich bin mir eigentlich auch sicher, die Jury war ein bisschen parteiisch, das Publikum hat mich gefeiert, kann man nicht anders sagen, war genial und ich glaube, auf der Gamescom werde ich nochmal meine Chance ergreifen und da werde ich richtig rocken, meine Freunde. Der Hase, der kommt wieder, das ist versprochen und den Penner hinter der Kamera, der seht ihr nicht, der lacht sich ins Fäustchen gerade, den wisch ich so richtig einen aus, das kriegt der doppelt und dreifach zurück. Euer Hase, ich bin raus, ciao. Ich nenne mich von, übrigens jetzt nicht mal Buddy, sondern Bunny, nicht Doppel D, Doppel N. Tschüss. Ich bin raus, ich bin raus, ich bin raus, ich bin raus.